Weil Gott dich immer noch ehrt, ehrt immer noch durch Opfer. Jede Gemeinde, wo ihr Altar immer das Opfer ihrer Leute empfängt, und das Geld der Leute empfängt, den Zehnten der Leute empfängt, die Erstlingsfrucht der Leute empfängt, die freiwillige Gabe der Leute empfängt, die Gelübde Opfer der Leute empfängt. Dieser Altar wird weiter stark sein. Und deswegen hört zu, der Grund, warum unsere Kritiker uns angreifen, um auf, dass wir aufhören, über Opfer zu sprechen, ist, weil sie durch den Teufel gebraucht werden, uns zu schwächen. Weil der Tag, an dem wir aufhören, von Opfern zu sprechen, wird unsere Christenheit tot sein. An dem Tag, wo wir dir aufhören, zu sagen, dein Opfer zu bringen, an dem Tag, wo wir dir sagen, hör zu, du bringst es ja nicht Menschen, sondern du bringst es Gott und dem Werk Gottes. Und diese Dinge haben eine Stimme, so wie das Opfer von Abel eine Stimme bekam. Weil als Abel dieses Opfer gab, es hat zu Gott gesprochen, es hat dem Geist gesprochen. Und deswegen, wenn Cain, als er sauer wurde, und Abel tötete, sagt die Bibel, das Blut, Abel, spricht.